Fotografie, das heißt Malen mit Licht. Und das Kreativwerkzeug des Fotografen ist der Blitz. In meinem neuen Video-Training zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Blitz-Equipment besonders kreativ einsetzen können. Dafür habe ich jede Menge Fotoshootings vorbereitet, bei denen die Blitze on location, im Studio, bei Nacht oder auch bei strahlendem Sonnenschein zum Einsatz kommen. Mit diesen Fototricks zrücken Sie Ihre Motive garantiert ins perfekte Licht. Begleiten Sie mich ans Set. Ich freue mich auf Sie. 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 Ich freue mich auf Sie.